Dieses Mittel macht die Zunge wieder komplett sauber. Schaut euch das an, die weißen Belagen, auf einmal ist die wieder richtig schön rot, richtig schöne Farbe, das teste ich auch. Ich habe den Zungenreiniger mit dem Mittel bestellt, wir schauen direkt mal rein. Und ich habe eigentlich auch schon einen Zungenreiniger zu Hause, ich benutze einfach das hier, so ein bisschen, man kann auch die Zahnbürste nehmen. Aber das hier sah ja schon echt genial aus. Sieht auch ein bisschen aus wie so eine Zahnbürste, von so einer Gestaltung her, nur dass vorne das Ende anders ist. Hier haben wir das rau, grob, gröber und hier feiner hier vorne. Und dann haben wir hier natürlich noch das Mittel mit drin und mehr gibt es da auch nicht. Ich würde sagen, ich mache das ja kurz sauber und dann können wir schon direkt das Mittel drauf geben und auf meine Zunge drauf schmieren. Meine Zunge sieht aktuell so aus. Also ist jetzt nicht wirklich dreckig, aber man merkt schon, da ist ein weißer Belag drauf, weil ich schon was gegessen habe und alles. Ist jetzt schon ein bisschen her. Aber man sollte ja schon einen Unterschied sehen, es war ja schon kräftig rot, was die da hatten. Dann können wir auch schon mal direkt starten. Und es hieß, ich soll jetzt hier die feine Seite nehmen, das Gel hier drauf machen. Na, kommt was raus. Oh, muss man es aufschrauben erst. Der Klassiker, Leute. Wie bei einer Zahnpasta eben. Okay, oh, da kommt schon was raus. Ups. Ja, machen wir jetzt nochmal drauf. Dann können wir das direkt hier drauf geben. Wie gesagt, hier auf die feine Seite. Oh, das war jetzt vielleicht ein bisschen viel. Keine Ahnung. Nehmen wir jetzt einfach mal so. Und das soll ich jetzt einfach mal, man soll es eigentlich morgens oder abends nach dem Zähneputzen machen, auf die Zunge drauf. Und nicht erst mal vorne gehen, sondern erst mal ein bisschen ruppen. Und jetzt soll ich die grobe Seite nehmen und von hinten nach vorne machen und dann meinen Mund auswaschen. Okay, jetzt das Ergebnis. Man merkt irgendwie keinen riesigen Unterschied. Ich probiere es noch einmal. Wie gesagt, vielleicht, jetzt habe ich deutlich mehr Gel drauf gegeben. Vielleicht lag es auch daran. Das macht die Zunge glänzend, aber nicht direkt sauber. So ein richtig komischer. Ich putze mir einfach mal die Zunge und er guckt mir alles zu dabei. Also ich muss echt sagen, schwierig wäre das ein Zunge. Also ich muss echt sagen, schwierig wäre das ein Zunge putzen zu reden. Aber hier nochmal das Ergebnis. Aha. 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 Ich weiß nicht, Leute. Seht ihr den Unterschied? Ich denke mal minimal, dass es schon ein bisschen was hilft. Aber ich weiß es nicht, ob das jetzt wirklich besser als das andere ist oder nicht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt.